Hallo und willkommen zu einem neuen Hang Seng Video. Der Hang Seng ist nach wie vor in einem Abwärtstrend. Wir warten gerade aktuell auf Beweise, dass diese Welle 4 möglicherweise gestartet hat, beziehungsweise die größere B-Welle. Das sind beides Korrekturwellen in einem Abwärtstrend, quasi Gegenbewegungen. Ich gehe aktuell noch nicht davon aus, dass ein übergeordneter Boden ausgebaut wurde. Auch mein letztes Update und auch das vorletzte Update haben noch in beiden Fällen eben weiter fallende Preise prognostiziert. In dem letzten Update, was ich nur vor, ich glaube, knapp einer Woche hochgeladen habe, habe ich allerdings darüber gesprochen, dass wir jetzt hier eine korrektive Gegenbewegung eben mal erwarten können. Entweder in der gelben Welle 4 oder in der weißen B-Welle. Es gab auch nach diesem, genau, ich glaube an dem Tag nach dem Update dann diesen schönen Bounce. Eigentlich eine relativ substanzielle Rallye auf dem kleineren Timeframe immerhin. Knappe 10 Prozent, das ist schon nicht schlecht für so einen Index. Innerhalb kurzer Zeit vor allem, ja. Aber ist halt jetzt die Frage, ist das schon die Welle 4 oder ist das schon die Welle B? Dafür brauche ich ein bisschen mehr, dafür brauchen wir quasi noch ein bisschen mehr Aufwärtsbewegung hier, um zu sagen, das ist die Welle 4. Wir sprechen jetzt über die beiden Szenarien und was wir entsprechend sehen müssen in jedem dieser Szenarien. Übergeordnet sollte es noch mindestens mal ein weiteres Tief geben. Im letzten Video haben wir schon darüber gesprochen, auch relativ ausführlich den größeren Timeframe beleuchtet. Also das möchte ich in diesem Video nicht machen, aber es ist glaube ich wichtig einfach zu wissen, dass die aktuelle Abwärtsbewegung eine Welle 4 ist. Wir sind nah am Ende, das denke ich schon. Kann aber auch noch gut weitergehen. Kurze Anekdote dazu. Ich habe Kontakte nach China und mir wurde da von einigen Menschen mitgeteilt, dass es gut sein kann, dass die Chinesen, einige Chinesen, viele Chinesen auf das Jahr des Drachen warten, um Aktienkäufe zu tätigen, um Kinder zu kriegen, ja, und um Dinge zu verändern in dem Leben und das beginnt am 10. Februar. Ich meine, das ist nur so eine kleine Side Story, aber es ist durchaus interessant zu wissen, dass das chinesische Neue Jahr beginnt quasi am 10. Februar und es ist das Lucky Year of the Dragon, also das Jahr des Drachen und scheinbar, ja, wird das auch relativ positiv gesehen oder Chinesen warten da. Ich kenne mich da jetzt auch nicht so aus, aber wie auch immer. Was haben wir denn jetzt hier? Also wenn wir tatsächlich die Welle 4 gestartet haben, dann müsste jetzt hier irgendwo eine kleine Rallye starten. Warum? Gehen wir mal auf den 1-Stunden-Chart. Wie gesagt, ich sehe das aktuell nur als eine Gegenbewegung. Der muss das jetzt auch nicht machen. Aktuell ist noch genug Abwärtsdruck da, also für mich geht es weiter bergab. Gegenbewegungen sind natürlich in so einem Abwärtstrend auch immer möglich. Das hier war der ideale Punkt für so eine Gegenbewegung. Die kam ja auch zustande, aber das ist für mich noch nicht genug, um zu sagen, das hier war alles der Welle 4 zum Beispiel. Wenn das hier die gelbe Welle 4 war, dann sollte es danach eigentlich nur noch ein weiteres Tief geben in der Welle 5. Das passt mir aber von den Proportionen nicht. Also ich hätte gerne, wenn dann sowas hier, wo man sagt, das hier war nur die A-Welle, dann hier eine kleine B und jetzt kommt noch die C. Da ist halt die Frage, ab wo muss denn die B starten, damit das die ganze Geschichte hier nicht invalidiert wird. Ja, und zwar eigentlich jetzt. Ja, also man kann jetzt mal sagen, okay, wir hatten also hier sowieso in der Welle 5, ja, haben wir quasi die Abwärtsbewegung in der Welle 3 abgeschlossen. Das ist zumindest eine Möglichkeit. Ich habe zumindest hier in dieser Welle 5 genügend Wellen, um das ganze Ding komplett zu zählen. Und dann kann man sagen, okay, dann war das hier vielleicht die A, die B, aber er müsste halt jetzt in der C-Welle nach oben laufen, um hier diese Welle 4 dann auch abzuschließen. Wenn das passieren sollte, wo sollte denn dann die Welle C landen? Also erstmal muss die Welle C ein Fünfteiler sein. Wie kriege ich eine Bestätigung, dass die Welle C startet? Im Idealfall bräuchte ich einen kleinen Fünfteiler in der Welle 1, dann eine 2, 3, 4, 5. Ohne dieses erste kleine 1, 2 Setup habe ich quasi keine Chance zu sagen, dass sie gestartet hat, ja. Aber die Frage ist, von wo sollte sie denn starten und wie lang sollte sie gehen? Wenn wir mal, was die Ziele angeht, einfach mal jetzt einfach mal vom letzten Tief nehmen, die Zielberechnung, dann wären das so knapp die 16.944, die schon erreicht werden sollten. Das passt auch. Wichtig ist halt, sobald es über die 18.430 geht, ist das hier halt invalidiert, ja. Aber wie gesagt, ich denke, so die 16.944, das ist ein vernünftiges Ziel in dem Bereich, ja. Müssen wir mal schauen, wie sich dann die Unterstrukturen entwickeln. Aber wie gesagt, ihr seht es hier, wir haben noch keinerlei Beweise, dass jetzt hier diese gelbe B-Welle einen Boden ausgebildet hat. Sollte aber von dieser Region aus starten, wenn das, wenn er noch eine C-Welle nach oben machen will und wir haben quasi noch ein Fibon, also entweder hier hat jetzt den goldenen Schnitt abgegriffen, das ist natürlich jetzt ein wichtiger Unterstützungslevel bei 15.360. Also wenn jetzt nächste Woche das so losgeht, dann ist es wahrscheinlich hier die C-Welle, würde ich sagen. Oder man kann zumindest mal drauf achten, ob wir ein 1-2-Setup bekommen. Wenn er noch weiter fällt, dann möglicherweise von 15.114. Wenn es noch tiefer geht, dann kippen wahrscheinlich die, dann kippen die Wahrscheinlichkeiten in Richtung, oh, wir haben eine Verlängerung von dieser A-Welle nach unten oder man muss nochmal diese Bewegung überdenken. Wie gesagt, das sind jetzt alles hier immer noch aktive Abwärtsbewegungen und die Bewegungen nach oben sehe ich eher nur als korrektive Gegenbewegungen, ja, in einem immer noch aktiven Abwärtstrend. Das ist also das eine Szenario, dann würden wir halt nur einen schwächeren Bounce trotzdem bekommen und dann würde es danach weiter nach unten noch gehen. Oder das wäre aber ganz ähnlich von der Struktur, hier diese weiße B-Welle, die wäre eine etwas, ist halt eine andere Struktur nach unten, wäre auch im Endeffekt wahrscheinlich ein bisschen bärischer, wenn dann diese C-Welle nach unten sich entfaltet, aber würde eben jetzt kurzfristig zu einer etwas bullischeren Rallye führen, möglicherweise in den Bereich 17.480 bis 20.800. Das heißt, hier kann man schon mal darauf achten, ob jetzt hier ein Reversal passiert, weil dann wäre das quasi in der weißen B-Welle statt einer Welle 4, wäre das die A, dann gäbe es noch eine B und eine C. Hier muss man halt sagen, bis er jetzt quasi entweder diese Welle A abgeschlossen hat oder die 4, laufen diese Szenarien eigentlich zusammen. Wenn er danach kein neues Tief machen kann, ist das wahrscheinlich die B und würde dann noch eine C nach oben bekommen, aber jetzt geht es eigentlich, ihr seht es in beiden Szenarien, sollte er erstmal das gleiche machen, aber nur, wenn auch hier diese Unterstützung jetzt gehalten wird. Also unter den 15.114 wird das halt wesentlich unwahrscheinlicher, dass wir hier noch so eine Gegenbewegung bekommen und Invalidierung ist eben unter den 14.800. Jetzt auch nicht die strikte Invalidierung, muss man dazu sagen, weil eine B-Welle kann natürlich auch überschießen nach unten. Das ist das Problem an so einem Setup. Deswegen sage ich, das ist zwar ein Bereich hier, wo laut Wahrscheinlichkeiten eine Wende jetzt geschehen sollte, aber eine B-Welle kann überschießen nach unten. Das gilt für beide Szenarien und deswegen habe ich ja auch erwähnt, alle Worte sind wichtig, ohne dieses One-Two-Setup habe ich quasi keine Chance zu sagen, dass der Boden hier drin war. Aber ich rechne aktuell immer noch aus diesem Bereich mit einer größeren A-Welle oder größeren Welle 4, aber das ist wie gesagt alles nur noch Teil einer, ich bin noch nicht bullisch, kurzfristig vielleicht, aber es ist halt nur eine Gegenbewegung. Das hat halt eine andere Qualität, als wenn ich jetzt sagen würde, oh, ein neuer Aufwärtstrend startet. Nein, 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 wir sind nach wie vor in einem Abwärtstrend in meinen Augen, könnten aber jetzt eben diesen größeren, diese größere Rallye nach oben starten, entweder eine kleine 4 oder eben diese B-Welle. Welches es wird, kann man noch nicht sagen. Ja, das ist meine Sichtweise zum Hang Seng. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, bitte ein Like da lassen, Abo und einen Kommentar. Ja, schaut auch gerne mal bei Patreon vorbei. Bei unserem Aktienpaket, dort ist der Hang Seng allerdings nicht enthalten, aber wir aktualisieren dort auf täglicher Basis den S&P 500. Es gibt 20 Aktien, die wir regelmäßig aktualisieren und noch viel anderes Zeug. Gibt es aber bisher nur in englischer Sprache, das muss ich dazu sagen. Link findet ihr in der Videobeschreibung, wenn ihr trotzdem Interesse habt. Ansonsten guten Start in die Woche. Bis dann. Ciao, ciao.